Hallo Leute, willkommen zurück zu Persona 3 Reload. Das ist wir immer noch nicht. Ich bin noch nicht auf die Seite. Es wird noch ein bisschen mehr Zeit dauern. Das war's. Das war's. Was zu tun? Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Licht. Das war's. Durchbohren Schaden ist anscheinend schlecht, ich sage eigentlich jetzt Eis, obwohl deswegen alle durchswitchen, aber naja, gut. Ich hätte ja jetzt gern langsam mal eine Arcana-Karte, aber die sind so selten wirklich, das ist lächerlich. Ich möchte gerade eh noch mal gucken, kriege ich gleich noch mal ein paar Zwillik-Fragmente. Ja. 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 W либо Pause Ja. Ja. Sie sehen uns bei der Uhung風chstraatury. Ja. 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 Und du bist der letzte Mal. Du hast die Angelegenheit. Du hast die Angelegenheit. Du hast es geschafft. Was zu tun? Was zu tun? Das ist nicht der Desert. Keine Angelegenheit. Okay, wer ist nächstes Mal? Ich bin verdammter Support. Aber wenn etwas braucht, dann bin ich dein Mann. Da ist ein Teleporter. Eine Verschnaufboss wäre wohl eine gute Idee. Ich spüre eine große Bedrohung auf der nächsten Ebene. Macht euch bereit. Dann ist schon der erste Miniboss. Das ist wieder eine Torwächter-Ebene, aber sie scheint gefährlich zu sein als alle anderen zuvor. Konstruiert euch auf die Schwächen und ändert euch an die Grundlagen. Du brauchst immer ewig, um diese Schwächen aufzudecken. Ne, ich habe ja gespeichert. Bereit, los geht's! Sehr gut, schon mal rausgefunden. Ah ne, sind Critical. Critical, nicht Critical. Aber das ist die Schwäche. Das ist die Schwäche. Ja. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist die Zeit. Ich bin der Wagen. Eing. Wir sind ihm. Und du. Und du. Du zerst博! Du, bist du! Du, bist du! Du! Du, bist du! voll gut Schaden gemacht. Ich glaube, Zauber machen generell nichts. Das lasse ich jetzt mal sein. Dann probiere ich schon eher mal sowas wie Einzelschuss. Ach, scheiß! Okay, sehr gut, wir haben es ausgefunden. Jukari wird es versuchen umzubringen. Ich dachte, das wäre was anderes. Ich bin aber verwirrt, das ist gut. Nein! Das war ein SP-Item! Nein! Egal, ich glaube, wir haben nur 10 SP oder so. Alter, leck mich am Arsch, Jukari. Das ist dein Ernst. Ich spare die mir doch extra auf. Nein! Geh die Pain! Nicht sogar wertvoll zu sagen. Hier sind wir fertig. Das ist besser als ich dachte, Aki war nicht umsonst begeistert. Das ist besser als ich dachte, Aki war nicht umsonst begeistert. Ich passe auf dich auf, als es legt ruhig nur los. Brechen wir auf. Hey, that looks like a rare chest. Hey! 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 Ja, wohl, die Ausrufung von Shinjiro geht eigentlich klar. Ah, zwei Bosse, okay. Wieder ein Kampf ohne Pause dazwischen. Wir können es wohl einfach nur hinnehmen. Wir schlagen uns gemeinsam durch. Ich unterstütze euch, wo ich nur kann. Ich muss gerade gucken, welches Level ist in Aegis. Weil ich hoffe persönlich auf diese Tür, wo du quasi dann die Level dann halt quasi, wo du halt dann die Partymitglieder dann quasi auf deine Stufe bringen kannst. Weil das hoffe ich bei Aegis nämlich. Ich nehme jetzt nämlich Shinjiro halt mal für den Partner mit. Aber wir dann eigentlich wieder danach eigentlich Aegis reintun. Es sieht danach Blitz aus. Oder ist es nicht? Okay, das schon mal vergessen. Okay. Lass mich raten, der Typ hat keine Schwäche. Ja. 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 Doch Wind. Als ob. Als ob. Alle blocken. Ich weiß nicht, was er tut. Mein Gott. Okay, wir müssen da immer blocken. Cool, wie Schaden das gemacht hat. Ach, die Heiko kann heim. Das heißt, mit der letzte Kugel-Laden wird sollten wir immer blocken. Darf Akiko überhaupt? Boah, da weiß ich es heute ja dürfen. Ja. Ich bin jetzt hier. Los geht's! Oh mein Gott! In dieser Situation, Priseu! Das war's. Das war's. Boah, ich warte darauf, bis er verringert Abwehr lernt. Das ist auch so... Boah, Aki-Kon ist fast gebumst, ey. Weil er fast fett gehittet wurde. Und ich hab nicht auf die Kugel geachtet, weil ich dumm bin. Boah, Aki-Kon ist fast gebumst, ey. 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 Deine Schwäche ist Licht, oder wie? Pulsiert sie dann so einen instant Deathkill. Sollen wir das mal probieren. Schade. Ja, das ist auch nur eine leichte Chance. Boah, jetzt bitte bestraf mich nicht, nur weil ich das probieren wollte. Sollen wir das? Was ist das? Was ist das? Das Schuss sieht aus, dass es wert ist. So? Das kostet mich so viel SP. Das kostet mich so viel. Alter. Das kostet mich so viel. Das kostet mich so viel. Noben. Not bad. I'll go with... Persona. All enemies defeated! It's over. Good work out there! Like this, I can fight even better! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! New move, huh? Not bad. Okay, let's keep on exploring. Let's do this. Time for a fight. I'm still setting up. It'll take a little more time. Let's go! In this situation. Come forward, Persona! I'll go with Charity. The enemy will fight. Oh, I love it, if such a random guess is worth it. Oh. Oh. Okay. Hey. To noack of angriffe. I've got you! We'll be right at a time for our next fighter. I'll kill you. Your defense is done. Pull the tray on your health. Here's time! We'll be right here! Ich kann das machen. Ja, wir sind meine Freunde. Wir sind so gut. Die enemy lines sind verletzten. Hier ist es. Der bringt halt jetzt gar nichts, außer er kann halt das hier machen. Damn, das hat sich voll gelohnt. Oh, hello. Das war's für heute.